29. August 2018, 18.59 Uhr Clint Dempsey gab sein Karriereende bekannt US-Fußballstar Clint Dempsey hat seine Karriere nach 15 Jahren beendet. Dies gab der 35-Jährige am Mittwoch bekannt. Dempsey bestritt 141 Länderspiele für die USA und erzielte 57 Tore. Damit ist der Texaner zusammen mit dem ehemaligen Bundesliga-Profil Anton Donovan Topscorer der US-Auswahl. Dempsey absolvierte in seiner erfolgreichsten Zeit insgesamt 275 Spiele in der englischen Premier League für Tottenham Hotspur 2012. Er war der erste US-Spieler, dem ein Hattrick in Englands Elite-Klasse gelang und ist mit 72 Treffern erfolgreichster US-Torjäger in den europäischen Top-Liggen. Punkt. Zuletzt spielte Dempsey für den MLS-Club Seattle Sounders und wurde in der vergangenen Spielzeit Vizemeister. Punkt.